Wenn sich über 72 Prinzessinnen und Prinzenpaare treffen, dann kann dies nur einer der alljährlichen Höhepunkte in der näherischen Karnevalssaison sein. Nämlich der Ball der Prinzessinnen in der schmuckenvoll besetzten seit Wochen ausverkauften Salihalle aus der Kurstadt Bad Dürkheim. Bereits zwei Wochen nach dem offiziellen Startschuss in die fünfte Jahreszeit stand den neuen Toilitäten ein rauschender Ballabend bevor. Viele Hochheiden fieberten bereits schon Monate im Voraus dem ersten großen Auftritt mit Laufstiegflair in der Kampagne entgegen. Die Vereinigung Bad Dürk-Pfelsicher Karnevalsvereine lud am Samstag, dem 24. November zum Treffen der Hochheiden ein und dieser Einladung folgten ca. 850 Gäste aus über 80 Vereinen aus den Bezirken der Vorder- und Westpfalz sowie aus Nord- und Mittelbaden. Apropos Zahlen. Mit 385 Vereinen und 85.000 Aktiven ist die Vereinigung Bad Dürk-Pfelsicher Karnevalsvereine der zweitgrößte Landesverband im Bund Deutscher Karneval. Und einer der Vereine davon sind natürlich auch unsere Bruchkatzen aus Rammstein mit ihrer stolzen Toilität, Denise I. Nach dem Sektempfang im Foyer eröffnete das Präsidium mit Präsident Jürgen Liesmeister, Vize Gerald Gleimeier sowie Thorsten Vogel den prunkvollen Ballabend und begrüßten alle anwesenden Ehrengäste und Vereine im festlich dekorierten Ballsaal. Prinz Jürgen I. vom Musik- und Tanz des CEC Grün-Weiß auf das Heim stimmte mit seinem Auftritt auf den ersten musikalischen Farbtupfer der Veranstaltung ein. Nach und nach präsentierten sich alle Prinzessinnen und Prinzenpaare mit Eleganz ihre entzückenden Ballkleider und maßgeschneiderten Uniformen auf der Bühne und ließen sich wie auch unsere Toilität Denise I. hier mit dem ersten Vorsitzenden Erik Martin vom Publikum feiern. Applaus Applaus Vielen Dank. 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 Und was da alles auf uns zukommt? Tja, das seht ihr gerne in der nächsten Ausgabe der Bruchratzentur Rammstein mit HZ, dem digitalen Alphabet. Prinzessin, Prinzessin, die Prinzessin, die Prinzessin, die Prinzessin... Untertitelung des ZDF, 2020